Gerhard Ukammer-Knob Weihnacht Gelesen von Jasmin Stab Es lebte einmal in einer großen Stadt ein armes, altes Mütterchen. Das hatte keine Freunde und Verwandte und musste sich mit Waschen in fremden Häusern die wenigen Pfennige erquälen für seinen Unterhalt. Die gute Alte hatte drei Söhne gehabt, die waren in die Welt hinausgezogen und seit Jahren hatte sie nichts mehr von ihnen gehört. Der eine war Soldat, der zweite Seemann, der dritte hatte eine Pilgerfahrt nach dem gelobten Land angetreten. Die Nachbarn hatten ihr schon längst gesagt, Deine Söhne siehst du nicht wieder, empfiehl ihre Seelen dem Himmel, sie sind lange tot. Aber sie wollte das nicht glauben. Sie hatte getreulich auf ihre Rückkehr. Und weil sie nichts anderes für ihre Söhne tun konnte, so strickte sie ihnen Strümpfe, wenn sie abends von der Arbeit heimkam, oder an Sonn- und Festtagen, wo sie nicht arbeiten durfte. Im Laufe der Zeit sammelten sich die fertigen Paare zu einem stattlichen Haufen an. Und sie freute sich ihres Schatzes und meinte, damit wäre ihren Söhnen recht gedient, wenn sie endlich aus der Fremde zurückkehrten. Da begab es sich eines Tages, dass eine alte Frau, die noch ärmer war, sie ansprach und um eine milde Gabe bat. »Ich habe selber nichts«, erwiderte das gute Mütterchen. Aber wie die andere weinte und bat, da konnte sie ihr gutes Herz nicht bezwingen und sprach, »So nehmt denn in Gottes Namen das Letzte, was ich habe, und meinen einzigen Schatz«, und ging hinauf, holte ihre Strümpfe herunter und schenkte sie der armen Frau, die sich mit vielen Danksagungen entfernte. Der guten Geberin standen doch die Tränen in den Augen, und sie meinte bei sich, »Wenn nun meine Söhne plötzlich zurückkämen, hätten sie keine Strümpfe, da muss ich ihnen neue stricken und mich fleißig dazu halten.« Nach einiger Zeit aber ward ihr ein sonderbarer Besuch. Wie sie abends in ihrem Kämmerlein saß, öffnete sich die Tür, und ein würdiger Mann trat herein, mit wallendem weißen Bart und herrlichen Augen, der einem Weisen glich. Sie wurde ganz verwirrt, er aber sprach zu ihr, »Eerschrick nicht, liebe Frau, ich bringe dir Gutes. Du hast deiner Armen all die Strümpfe gegeben, die du in dem Gedanken an deine Söhne gestrickt, und nun bringe ich dir drei Paare davon zurück. Doch merke dir wohl, ich habe sie geweiht, und sie besitzen wundersame Eigenschaften. Wer dieses erste Paar trägt, der kennt den Zug der Vögel. Wer das zweite trägt, macht sich bei allen Menschen angenehm. Das dritte Paar muss einer über den Tag übertragen, und wenn er es abends auszieht und dazu spricht, »Strümpflein, kehr dich, Strümpflein, lehr dich!« Dann kann er Gold herausziehen, so viel er mag. Nun bewahre die Strümpfe gut und versüße dir mit ihren Kräften deinen Lebensabend. Ehe die arme Frau sich bedanken konnte, war er schon verschwunden. Sie verbarg die wundertätigen Strümpfe so gut sie konnte und freute sich, wie sie ihre Söhne damit beglücken wollte, die sie immer noch mit fester Hoffnung erwartete. Aber für sich selbst aus dem Geheimnis Nutzen zu ziehen, darauf verfiel sie gar nicht. Sie hätte es auch nicht einmal gewagt, wie wenn das alles Teufelswerk und Zauberei wäre. Als sie nun einst von der Arbeit heimging, wobei sie sich ausmalte, wie schön es wäre, wenn ihre drei Söhne etwa unversehens gekommen wären und schon in ihrer Dachkammer harrend stünden, da sprach sie vor der Haustür ein elender, zerlummter Bettler an. »Ich habe nichts, armer Mann«, antwortete das mitleidige Mütterchen. Aber der Bettler jammerte und flehte. »So gebt mir wenigstens Strümpfe für mich, meine Frau und meine kranke Tochter, dass wir in dieser Kälte nicht so jämmerlich zu frieren brauchen.« »Ich habe auch keine Strümpfe«, erwiderte sie. »Geht nebenan zu dem Nachbarbäcker oder zu dem Krämer. Vielleicht können die euch helfen.« »Ach, bei denen habe ich schon gefragt«, sagte der Bettler seufzend. »Aber sie haben mich schmählich von ihrer Tür gewiesen.« Der guten Frau wurde traurig ums Herz, dass sie ihre wundertätigen Strümpfe verlieren sollte. Aber als der zerlumpte Alte noch weiter jammerte und wehklagte, da hielt sie es nicht aus, ging auf ihre Dachkammer, holte die drei Paar Strümpfe und gab sie ihm. Und nun verfloss wieder eine lange, trübselige Zeit. Von früh bis spät musste das arme Mütterchen arbeiten, bis ihm die Knochen schmerzten, um den kerklichen Lebensunterhalt zu verdienen. Und nachts saß es auf und strickte immer neue Strümpfe und dachte dabei an die Söhne, die es nun schon so lange und sehnsüchtig erwartete und die immer nicht kamen. Es war inzwischen Weihnacht geworden. Auf den Straßen lag Schnee, die Leute eilten dicht eingewickelt durch die kalten Straßen und in allen Häusern bereiteten sie sich auf das Fest vor. Und am heiligen Abend brannten überall die Lichter und manche hatten ihren Kindern einen kleinen Tannenbaum ausgeschmückt, den sie mit aller Hand Geschenken behängten. Das arme Mütterchen saß einsam in dem engen Dachkämmerlein, fühlte sich traurig und verlassen und hatte Sehnsucht nach den fernen Lieben, die vielleicht schon längst gestorben waren. Da öffnete sich leise die Tür und jener Bettler kam herein, der damals die drei wundertätigen paar Strümpfe erhalten hatte. »Folge mir nach!« sprach er zu der erstaunten Frau. Ihr war ganz ängstlich zu Sinn, aber sie gehorchte, warf sich ein abgetragenes Tuch um und folgte ihm die Treppe hinunter. Schweigend gingen die beiden miteinander durch die schneebedeckten, leeren Straßen, bis sie an eine kleine Kapelle kamen, die seit Jahren unbenützt und verschlossen stand. »Komm!« sagte der Bettler und gab seiner verschüchterten Begleiterin die Hand. Die schwere Tür sprang vor ihnen auf und schloss sich wieder hinter ihnen. Sie aber standen in einem herrlich erleuchteten Raum. Nah bei dem Altar erklenzte ein geschmücktes Tannenbäumchen und daneben war ein Tisch für vier auf das Herrlichste gedeckt. Wie aber die Frau auf ihren Begleiter blickte, da entsetzte sie sich, denn er war plötzlich verwandelt, nicht mehr ein zerlummter Bettler, sondern ein schöner Jüngling in weißem Gewand, mit herrlichen heiligen Augen. Er aber sprach sanft, »Fürchte dich nicht, du Gute! Du hast anderen Freude bereiten wollen, nun soll dir eine große Freude bereitet werden!« Dann ging er hinaus und kam gleich darauf zurück mit drei Männern. Die arme alte Frau erkannte ihre so lange und so sehnsüchtig erwarteten Söhne und schluchzte vor Freude und Rührung laut auf. Mutter und Söhne lagen sich in den Armen und lachten und weinten in der Wonne des unverhofften Wiedersehens. Als sie sich darauf ein wenig beruhigt hatten, setzten sie sich an die gedeckte Tafel und speisten reich und glücklich wie die Könige. Der Älteste tat einen Trunk aus dem mit goldenem Wein gefüllten Bäche und erzählte, »Ich war mit dem Heer in einer fernen, öden Gegend. Wir bekamen den Feind nicht zu Gesicht und litten große Not. Da bot mir ein Marketender ein paar warme Strümpfe zu kaufen an, und weil ich sie brauchen konnte, nahm ich sie. Ich bewahrte die einzige Kupfermünze, die ich noch hatte, im Strumpf auf, und als ich am Abend danach suchte, kam es mir, ich weiß nicht wie, über die Lippen, »Strümpflein, kehr dich, Strümpflein, lehr dich!« Ich griff hinein, und siehe da, es gab Gold, so viel meine Taschen nur halten wollten. Da wusste ich denn das kostbare Geheimnis. Mit meinen Schätzen kaufte ich mich vom Dienst los und begab mich dann auf den Weg in die Heimat. Zuerst gerät ich ein klein wenig in die Irre, aber nachher ging es schnell, denn von meinen Reichtümern konnte ich mir stets die besten Pferde bezahlen. So gelangte ich in unsere Stadt, und ein Bettler, den ich hier nach meiner Mutter Wohnung fragte, führte mich hierher, und an der Tür der Kapelle traf ich meine Brüder. Der Zweite sprach, »Unser Schiff hat sich im Norden verirrt und lag fest zwischen Eisbergen. Die Kompassnadel ging nicht mehr richtig, und unser Kapitän wusste nicht aus noch ein. Da kam eines Tages ein Walfischfahrer in einem Boot an unser Schiff herangefahren und verkaufte mir die Strümpfe, die ich gut brauchen konnte, denn die Füße froren mir bitterlich. Der Fremde war schon wieder verschwunden, ehe man ihn um den Weg fragen konnte. Aber kaum hatte ich die Strümpfe an, so merkte ich, auf welchem Weg die Vögel nach Süden flogen. Ich ergriff das Steuer und sagte, »Kameraden, ich zeige euch den Weg nach Hause.« Die anderen nahmen das zuerst für Spott und ärgerten sich. Aber ich bat sie himmelhoch, mich gewähren zu lassen. Und am nächsten Tag kamen wir wirklich schon aus dem Eis heraus. Der Kapitän war mir so dankbar, dass er mir eine Summe Geldes schenkte, als wir glücklich in den Hafen einliefen. Mit dem Geld bin ich dann heimgewandert, und hier in der Stadt hat mich ein Bettler an die Tür dieser Kapelle gewiesen. »Und wie ist es dir ergangen?« fragte die Mutter den Dritten. »Ich bin auf meiner Pilgerfahrt in die Hände von Seeräubern gefallen«, berichtete der, »und wurde als Sklave an den Sultan von Marokko verkauft. Da bot mir ein anderer Sklave ein paar Strümpfe an, die ich in dem heißen Land kaum gebrauchen konnte. Aber zuletzt nahm ich sie aus Mitleid, weil dem anderen an den Papfennigen so viel lag. Ich trug die Strümpfe einmal der bösen Stechfliegen wegen. Zufällig begegnete mir damals der Sultan, und er schloss mich gleich in sein Herz und schenkte mir die Freiheit. Auf dem Weg nach Hause haben alle Leute, die ich darum anging, mir geholfen und mich unterstützt. Bis ich in den Straßen unserer Stadt auf einen Bettler traf, der mich an diese Kapelle wies. Nun war ihnen allen kein Zweifel, dass es ein Bote des Himmels gewesen war, der alles so wunderbar geführt hatte. Und sie waren dankbar und froh in ihrem Herzen und lobten Gott. Viele Jahre noch lebte die Mutter gesund und vergnügt mit ihren Söhnen. Da sie nichts mehr zu arbeiten brauchte, wurde sie ordentlich wieder jung. Sie bewohnten zusammen ein großes, prächtiges Haus und wurden reiche, angesehene Leute. Die Brüder verließen ihre Mutter nicht mehr. Und erst als sie ein seliges Ende gefunden hatte, heirateten sie Töchter aus den Geschlechtern der Ratsherren. Die Brüder verließen ihre Mutter nicht mehr. Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020 Weltkartei